Ich wollte dieses Video eigentlich ein bisschen reißerischer aufarbeiten, so zum Beispiel hier. Oder das später mehr wie so ein Boxkampf. Aber ich habe mir letztlich etwas anderes überlegt. Wenn Sie sich fragen, was Sie da unten rechts in der Ecke so anlächelt, wenn oben RNA-Ribonukleinsäure drüber steht, das ist Zucker. Das soll ein Würfelzucker darstellen. Ich habe leider kein besseres Bild gefunden. Und an dem Zucker, stellen Sie sich vor, hängt eine Base. Wir hatten die Basen ja im DNA-Video schon besprochen. Es gibt vier Stück. Es gibt A, C, G und T auf DNA-Ebene. Das T bei der RNA ist quasi das U, das Uracil. Da gehen wir aber nicht zu sehr ins Detail. Und an diesem Zucker mit Base hängt auch noch ein Phosphatrest. Das, was Sie hier sehen, das nennt man ein Nukleotid. Also immer Base, Zucker, Phosphat. Und wenn Sie sich den Namen nochmal genauer angucken, Ribonukleinsäure soll also heißen. Wir haben hier eine Säure, die aus aneinandergereihten Nukleotiden besteht. Und der Zucker ist die Ribose, Ribonukleinsäure. Und die Ribose hat noch eine spezielle Eigenschaft. Sie hat so einen sauerstoffhaltigen Rest anhängend. Und diese Nukleotide als Grundbaustein, die ergeben dann ein RNA-Molekül. Wenn wir jetzt zur DNA kommen, haben wir auch wieder ein bisschen die Begrifflichkeit zu berücksichtigen. Sie sehen, dass Ribonukleinsäure findet sich bei der DNA genauso wieder wie bei der RNA. Also es scheint irgendwas zu sein, irgendeine Abwandlung der RNA. Und Sie sehen, davor steht Desoxy. Oxy, Oxygen, ist Sauerstoff. Des oder Deoxy gibt es auch die Schreibweise. Heißt also, dass Sauerstoff abhanden kommt. Und genau das ist auch der Fall. Hier ist die DNA gezeigt. Sie sehen, es fehlt der Sauerstoffteil von der Ribose. Sie sehen auch, dass anstelle des Us da ein T ist. Wir werden ja gleich besprechen, was stabiler ist, chemisch gesehen, die DNA oder die RNA. Da möchte ich jetzt auf diese Unterschiede zwischen dem T und dem U gar nicht zu sehr drauf eingehen. Ihnen nur schon mal sagen, das T ist für eine längere Lagerung einfach stabiler. Und jetzt werden Sie wahrscheinlich den Vorwurf machen, das ist aber jetzt sehr vereinfacht. So einfach kann auch DNA und RNA gar nichts sein. Doch, um das hier mal ein bisschen wissenschaftlicher darzustellen, es ist genauso, wie ich es Ihnen gezeigt habe. Sie sehen dieses Grau hinterlegte jeweils den Zucker. Sie sehen dieses bläulich-türkis unterlegte, das Phosphat. Und dann in unterschiedlichen Farben die verschiedenen Basen. Und ich habe Ihnen bei der RNA den sauerstoffhaltigen Anteil rot umkringelt. Das heißt, zu den ersten Unterschieden zwischen RNA und DNA auf struktureller Ebene muss man sagen, in der RNA hat die Ribose noch einen sauerstoffhaltigen Rest, während die DNA das nicht hat. Der zweite Unterschied, als Base haben wir bei der DNA ein T und bei der RNA ein U. Gehen wir aber zurück zu der einfacheren Darstellung. Was ist denn wohl stabiler? Wichtig ist zu wissen, dass die RNA per se instabiler als die DNA ist. Und ich hätte Ihnen gerade gesagt, T ist auch nochmal für diesen Zusammenhang stabiler als das U. Weil wenn jetzt so eine Base zur DNA kommen würde, dann würde nichts passieren. Also hier gibt es im Gegensatz zur RNA keine spannende Gruppe, chemische Gruppe, mit der man irgendwie in Interaktion treten könnte. Und dementsprechend passiert auf dieser Seite dahingehend schon mal gar nichts. Wie kommen DNA und RNA also natürlicherweise vor? Klar, die DNA hat dieses wirklich ikonische Doppelhelix-Bild. Das kennt man, das hat man überall gesehen. Das ist wirklich sehr populär. DNA kommt nicht in anderen Formen vor. Zumindest nicht im Zellkern. Von der RNA haben wir gehört, die ist einstrengig. Und das bietet der RNA wirklich super viele Möglichkeiten. Zum Beispiel kann sowas entstehen mit sogenannten Coils, also diese kleinen runden Dinge am Ende. Es kann auch sowas entstehen. Es kann natürlich eine Mischung aus beiden mehr oder weniger entstehen. Und es kann vielleicht am bekanntesten so von der Form her auch die tRNA dargestellt werden. Also wie gesagt, wir haben zwar einen Einzelstrang, aber dadurch, dass wir nur den Einzelstrang haben, haben wir sehr viel Flexibilität für verschiedene Unterformen. Wie lange halten sich die Moleküle so im Körper? Und dazu muss man sagen, das sind natürlich wirklich biologisch aktive Substanzen. Das ist jetzt nichts, was wir mit einem Medikament vergleichen können, was ja vom Körper aktiv auch wieder ausgeschieden werden soll. Also wir können hier keine Halbwertszeit angeben. Und wir haben die DNA, die Prä-MRNA und die mRNA erstmal im Zellkern. Und das hat auch einen guten Grund. Im Zytoplasma, also das, was außerhalb des Zellkerns in der Zelle ist, da schwirrt es und wimmelt es nur von für die RNA bösen, bösen, bösen Substanzen. Das sind RNAs, das sind toll-like Receptors. Da gibt es wirklich eine ganze Menge, die dafür sorgen, dass die RNA sofort in der Zelle abgebaut wird. Hintergrund ist klar. Wir sehen die RNA übrigens auch in Doppelstrang-RNA-Struktur ja durchaus noch bei unseren Viren, die uns tagtäglich begleiten. Und als Abwehrmechanismen, unter anderem gegen diese Viren, hat der Körper da wirklich ein sehr lange schon etabliertes System entwickelt, dass die RNA, die die Zelle betritt, relativ schnell platt gemacht wird. Man kann sich das vielleicht am besten so vorstellen. Also im Zellkern ist wie in so einem Bunker, wo man geschützt von den ganzen Widrigkeiten außen ist und draußen herrscht das Chaos und ist es richtig gefährlich. Das ist, glaube ich, das am zutreffendste Bild. Und wenn wir jetzt mal weitergehen, was passiert denn, wenn wir die RNA in diese Höhle des Löwen schicken, wie lange wird sich die mRNA da wohl aufhalten können? Verzögere ich mal ein bisschen bewusst, können sich ja vielleicht eine Antwort überlegen. Es sind wenige Minuten, super wenige Minuten. Ich hätte irgendwo gelesen, dass 80% der mRNA in zwei Minuten schon bereits verstoffwechselt worden sind, abgebaut worden sind. Wie sieht es mit der ribosomalen RNA aus, der RRNA und der TRNA? Gut, das kann ein bisschen länger sein. Ein bisschen länger heißt, das kann durchaus vier, fünf Zellzyklen überleben, also so im Bereich von drei, vier Tagen liegen, aber sehr viel mehr auch nicht. Wie sieht es jetzt mit der DNA aus? Die DNA kommt nicht nur im Zellkern vor. Das ist zwar das Relevanteste oder Einfachste, was man lernt, dass die DNA, die transkribiert wird, im Zellkern schlummert. Die DNA kommt aber auch in den Mitochondrien vor. Und da, da können Sie sich sicher sein, sind ausnahmslos mütterliche mitochondriale DNA-Abschnitte gespeichert. Die Mitochondrien, das sind in etwa so die Kraftwerke der Zelle. Man geht davon aus, dass das mal höher, also jetzt nicht für den einzelnen Menschen bezogen, aber so in der Evolution Bakterien waren. Sie haben sehr viele Gemeinsamkeiten mit Bakterien. Und dass die von den Zellen inkorporiert wurde und die daraus in ihre Kraftwerke gebildet haben. Nennt man auch die Endosymbionten-Theorie. Warum zeige ich Ihnen überhaupt so viel zur DNA, werden Sie vielleicht fragen. Ich hatte einige Beiträge, einige Kommentare gelesen nach dem Motto, können wir nicht ein bisschen mehr auch in die Therapieform von mRNA-Wirkstoffen ganz im Allgemeinen gehen? Und da muss ich sagen, ja klar, das ist schon eine Vorbereitung auf die Videos, die sich mit mRNA als Therapieform beschäftigen. Es ist aber auch eine Vorbereitung auf ein Video, was sich auf die DNA als Therapieform bezieht. So als Schlagwort Gen-Therapie. Wenn Sie vielleicht von Gen-Therapie was gehört haben, die Möglichkeit, ein defektes Gen durch ein anderes funktionierendes Gen zu ersetzen, das ist natürlich lange Zeit eine Domäne der DNA-Therapie geworden gewesen. Gut, aber jetzt ein bisschen abgelenkt. Wie lang ist die Verweildauer oder wie lang hält sich die DNA, wenn sie denn da in ihrem kleinen Bunker im Zellkern sitzt? Mega lang. Also Sie kennen ja vielleicht die Sachen, dass man aus Skeletten, die mehrere tausend Jahre alt sind, teilweise noch DNA extrahieren kann. Die ist bei weitem nicht so kurzlebig wie die RNA. Und wie ich gerade schon mal meinte, es hat ja seine Gründe, warum sich die DNA so extrem durchgesetzt hatte, wenn wir davon ausgehen, dass vielleicht ganz am Anfang mal eine RNA-Welt existierte. Ah, 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 ah ah, 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 ah. Bis zum nächsten Mal.